was geht ab leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute für euch im test eine 16 schuss batterie von funkel und zwar haben wir hier die brokat blinker design natürlich wieder richtig richtig geil ja wir haben eine NEM von 220,8 gramm und ich würde sagen wir schauen uns den schönen effekt einfach mal an mal gucken was sie drauf hat und dabei wünsche ich euch jetzt viel spaß so funkel brokat blinker so Bis zum nächsten Mal.